Schwerin ist in Feierlaune. Neben der Stadt hat er auch heute die Kanu-Renn-Gemeinschaft. Geburtstag, 20-jähriges Jubiläum feiern wir und wir gratulieren von Sport in Schwerin ganz herzlich. Ich habe mir zu diesem Anlass, wo die Stadtmeisterschaft im Hintergrund der Kanuten läuft, junge Kanuten dazugeholt. Und ich frage mal, mit wem habe ich denn zu tun hier? Anjosan Wendt, Sophie Koch und Lisa Vogel. So, und ihr fahrt jetzt für die Kanu-Renn-Gemeinschaft Schwerin hier bei der Stadtmeisterschaft mit. Was fahrt ihr? Einer und Zweier. Das heißt Kajak. Okay, also ich fahr Kajak und Kanadier. Und du fährst? Ich fahr Kajak Einer und Zweier. So, okay. Und was braucht man dafür, um Kanu-Fahren zu können? Was muss man dafür mitbringen? Paddel gibt es hier, Boot auch, Anziehsachen und Topfgummi und Spang. Wie seid ihr zum Kanu-Fahren gekommen? Durch Zeitung. Durch mein Nachbar. Durch meinen Vater, der war auch hier. Fährt er auch, fährt er immer noch? Nicht mehr. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Er hatte eine Verletzung. Seit wann fährst du Kanu? Seit zwei Jahren. Seit wann fahrt ihr Kanu? Äh, fünf Jahren, glaube ich. Weiß ich nicht. Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Und was habt ihr euch? So. Tschüss. So, die Jungen müssen jetzt los und wir werden uns das gleich mal anschauen zu den Impressionen zum 20-jährigen Geburtstag von der Kano-Renngemeinschaft, die sich einen Namen gemacht hat, mit den Drachenbrot-Rennen hier in Schwerin, die auch das Drachenbrot-Festival mit veranstalten, wo wir uns dann allen wiedersehen und den Kanuten wieder über die Schulter schauen. Und nun viel Spaß bei den Impressionen zum 20-jährigen Geburtstag und der Stadtmeisterschaft hier in Schwerin. Ich muss die Kanade erfahren. War Zappi, wer hat noch einen geholt? Wann, jetzt ist das reingefallen? Ja, war Zappi vor Bär zu ziehen? Ja. Ach so, wegen Schwimmen. Ey, vorletzte! Ey, das ist nicht vorletzte, sondern fünfte. Fünfte! Weil Novi nämlich Kameradenschwein war und ich nicht mitgezogen habe. Novi ist ja auch. Die Fahrten verlassen auch noch viel durch Spurs. Oh, ey, auch noch? Wenn ihr für euch nicht zugehören, anlegen, Boot drauf und dann. Schweiderei. Dave, ist mit dem Boot gehalten. Hey, Christian hat seine Fußstütze am ersten Schlag mitgetreten. Die war auch einmal weg, die Fußstütze. Ja! Legt mal nicht so weit, ich deck dir in das Boot. Meine Mutter ist mit dem Auto Schlag mitgotten. Sind sie sich geradebei nicht so weit gekommen sind? בר línea. Hey, seid ihr reingefallen? Wie auch ihr reingefallen seid oder irgend so eine Karte hat? Das ist ja nicht so viel kaputt, ne? Die solltet ihr empfasst, ne? Das war doch alles toll. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.